Freunde, heute passiert was sehr sehr nice ist. Heute wird einfach, ich habe ein Video von Montan geschaut, wenn in dem Video dicker gesagt wird, dann in das Video. Wir gehen jetzt in das Video, wer ist attraktiver. So, haben wir auch viele vorgeschlagen, das Video. Haben wir noch nicht gesehen. Stehen Frauen auf Knossi oder Montana Black? Bruder, zwischen dem Montana und Black kein Leerzeichen. Aber noch Keudum, Digga.